Surah 89, El-Fajr, das Frühlicht, offenbart zu Mekka 30 Ayat. Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen, beim Frühlicht und bei den zehn Nächten und bei Anzahl, Graden und Ungeraden und bei der Nacht, wenn sie vergeht, ist hierin nicht ein ausreichender Beweis für einen, der Verstand hat? Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Artverfuhr, mit Iram, der mächtigen Zeltstadt der Art, der Säulenreichen, dergleichen nicht erschaffen wurde in anderen Ländern, und den Tamud, die die Felsen im Tal aushüllten, und Pharao mit seinen bodenfesten Bauten, denjenigen, die im Lande gewalttätig waren und dort viel Verderbnis stifteten? Darum ließ dein Herr die Geißel der Strafe auf sie schütten. Wahrlich, dein Herr ist ständig auf der Wacht. Und wenn der Mensch von seinem Herrn geprüft wird, indem er ihm Wohltaten erweist und Gnaden auf ihn häuft, dann sagt er, mein Herr hat mich gewürdigt. Wenn er ihn aber prüft, indem er ihm seine Versorgung abmisst, dann sagt er, mein Herr hat mich erniedrigt. Nein, ihr seid nicht freigebig gegen die Weise und treibt einander nicht an, den Armen zu speisen. Und ihr verzehrt das Erbe anderer ganz und gar. Und ihr liebt den Reichtum mit übermäßiger Liebe. Nicht aber so, wenn die Erde kurz und klein zermalmt wird und dein Herr kommt und auch die Engel in Reihen auf Reihen kommen und die Jehannem an jenem Tage nahegebracht wird. An jenem Tage wird der Mensch bereit sein, sich mahnen zu lassen. Aber was wird ihm dann eine Mahnung nützen? Er wird sagen, oh, hätte ich doch im Voraus für dieses mein Leben Sorge getragen. An jenem Tage wird niemand so bestrafen wie er und niemand wird so festbinden wie er. O du ruhige Seele, kehre zurück zu deinem Herrn Wohlzufrieden und mit Allahs Wohlwollen. So schließ dich dem Kreis meiner Diener an und tritt ein in mein Paradies. So schließ dich um den Hammer und den Urlaub, so schließt die Wohlwollen. An jenem Tage wird immer wieder mehr in der Mitte. So schließt die Wohlwollen. So schließt das ein in das, was ich sage, an den Mögen und den Mögen und der Mögen. So schließt das, was wir genau so bestrafen sind.